Plastik verändern. Aber ich habe keinen Ton drauf. Also dient es diese Woche das Stahlop in der OS. Bei ihnen ist nämlich das Fahrende Tonstudio zu Besuch. Der Stefan Bregi ist Projektleiter und Produzent vom Fahrende Tonstudio und erklärt, was das genau ist. Ja, das ist ein mobiles Kulturvermittlungsprojekt, der hauptsächlich Schüler besucht. Ich fahre mit viel Tontechnik und Instrumenten zu Schulen eigentlich in der ganzen Titschweiz und mache mit Kindern und Jugendlichen ein Projekt. Noch ein paar Theoriestunden zur Tontechnik von Stefan Bregi konnten die Schülerinnen und Schüler selber entscheiden, welches das Thema Umweltschutz im Ohr umsetzen wollte. Bei Umweltschutz im Ohr geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler selber Beiträge produzieren. Einerseits wissenschaftlich-inhaltliche Beiträge, das sind dann Podcasts, die sie zu lokalen Umweltschutzthemen produzieren und selber ein Thema auswählen, das aber gerade die Ski selber anbelangt. Und zu anderen sind kreative Beiträge, die sie Songs und Rap-Songs schreiben zum Thema Umweltschutz und Natur im Allgemeinen. Eine Aktion vom Kulturfunken, ein Programm von einer Dienststelle für Kultur vom Kanton Wallis, hat der OS Stahle das Projekt ermöglicht. Schulprojekte in Begleitung von Kulturschaffenden seien vom April bis November für alle Schiele gratis. Dreiviertel der Kästen übernimmt der Kanton und der Rest der Bund. Die Linne Jön, Schälerin der 10 OS Stahle, hat zusammen mit ihrer Gruppe einen Rap gemacht. Wir haben angefangen einen Beat zu machen und wir sind dann unter der Gruppe aufgeteilt. Und eine Hälfte hat den Text geschrieben und die andere Hälfte hat einen Beat gemacht. Und dann haben wir zusammengetreut und dann haben wir immer wieder abgewechselt. Und dann sind wir in ein separates Zimmer gegangen und haben dann angefangen, aufzunehmen und zu lieben. Für die Gruppe von Benedikt Bricker, ein weiterer Schüler von der 10 OS Stahle, seien der Prozess ein Ähnlicher gewesen. Ein Hindernis habe es aber zu bewältigen gegeben. Also die Gerichtveräussforderung war der Text, dass er zum Rap passen und dass er auch rhythmisch ist. Der Stefan Bregi hat in seiner Reise durch die Schweiz im Vorne-Tonstudio schon manchmal für Labo und Lehre. Aber etwas hat ihn besonders mitgenommen. Im äusserschülischen Bereich, ich war nämlich auch schon an der Psychiatrie mit dem Projekt. Und das ist wirklich etwas, was mir sehr eingefahren ist. Es hat da Jugendliche gehabt, wo es natürlich nicht so gut gegangen ist. Und wenn man die nachher zum Singen bringt, und da hat es einfach auch teilweise Leute gehabt. Super Gesangstalente sind gesehen. Das ist schon ein schönes Erlebnis, nachher die Aufnahme in den Händen zu halten. Und das können am Schluss vom Projekt auch die Schülerinnen und Schüler von der OS Stahle. Nach der Präsentation untereinander werden nämlich Poster und Flyer von den verschiedenen Gruppen im ganzen Dorf aufgeheicht. Darauf sei auch ein QR-Code zu finden und muss sich die Arbeit von den Schülerinnen und Schülern auch anhören. Also. Dann kann ich auch schon ein bisschen